Stefan Kampwirth ist ein deutscher Theater- und Filmschauspieler. Lebenslauf Kampwirth machte 1986 am Franz-Stock-Gymnasium in Arnsberg sein Abitur und absolvierte anschließend seinen Zivildienst als Rettungsdienstfahrer in München. Nach seiner Ausbildung am Hamburgischen Schauspielstudio von 1989 bis 1992 unter der Leitung von Hildburg-Fräse war Kampwirth Ensemble Mitglied des Schiller Theaters Berlin, des Burgtheaters Wien und der Kammerspiele München. Er spielte unter der Regie von Leander Hausmann, Dieter Dorn, Georg Ringsk-Wandel und Helmut Griem. Anfang der 1990er Jahre begann seine Film- und Fernsehkarriere mit kleineren Rollen in einigen Fernsehserien wie Großstadtrevier, Wolfsrevier und dem Tatort. Einem breiteren Publikum wurde er mit dem Fernsehmehrteiler Ein unmöglicher Mann und der Verfilmung von Amelie Frieds Roman Der Mann von Nebenan, bekannt, in der er die Rolle des Lukas Lander spielte. In seiner Wahlheimat Hamburg ist Kampwirth seit 2007 im Ensemble der Hamburger Kammerspiele. Seit 2013 ist er als Dr. Bode in der ZDF-Fernsehserie Lerchenberg zu sehen. Zusammen mit Ordine Jonne, die Agnes verkörpert, spielt er die Rolle des Walters in der Romanverfilmung von Peter Stamms Agnes. Die Dreharbeiten begannen im Herbst 2014 unter des Regie von Johannes Schmidt. Der Film soll am 2. Juni 2016 in die Kinos kommen. Mit der Schauspielerin Jana Striebeck hat er einen Sohn. Sein Bruder Jan-Peter Kampwitt ist ebenfalls Schauspieler. Auszeichnungen 1998 Bayerischer Kunstförderpreis im Bereich darstellende Kunst 2005 Festival Expressionon Corto als bester Schauspieler für die Überraschung 2006 Festival Concordo in Corto Metra Joe als bester Schauspieler für die Überraschung 2013 Rolf Mahrespreis in der Kategorie Herausragende Leistung Darsteller Sänger Tänzer für die Darstellung des Sebastian in Wir lieben und wissen Nichts in den Hamburger Kammerspielen Filmografie 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 Untertitelung des ZDF, 2020